Definieren und Designen Der X-Libris-Ansatz Einleitung Die ersten Schritte bei der Entwicklung von Dienstleistungen sind die Definition und das Design des neuen Service. Die Methode des LEGO Series Play hilft hier bei der Definition und beim Design. Die Teilnehmer werden dazu ermutigt, erste Informationen über ihre Dienstleistungsideen zu geben, indem sie ein Modell mit LEGO-Steinen bauen. Die Phase des Definierens und Designens von Dienstleistungen beginnt beim X-Libris-Ansatz mit einigen Aufwärmübungen. Diese Übungen helfen den Teilnehmern dabei, sich mit LEGO-Steinen und der Methode vertraut zu machen, helfen den Trainern dabei, die Philosophie zu verinnerlichen, die hinter der Nutzung von Bausteinen zum Erschaffen von Geschichten und Verstehen von Metaphern steht und verdeutlichen die Erwartungen der Teilnehmer und der Modellbauübungen. Verschiedene Übungen können für die Aufwärmphase genutzt werden. Die Kernidee dahinter ist es, etwas zu bauen und mit einer Beschreibung und oder Metapher in Verbindung zu bringen. Es sind einfache und kurze Übungen, bevor die Hauptaktivität beginnt. Die Dauer dieser Übungen sollte vorab klar angegeben werden. Einige dieser Übungen sind auch für das Teambuilding nützlich. Die folgenden Übungen können für die Aufwärmphase genutzt werden. Eine Ente bauen Einen Turm bauen Ein Modell über sich selbst bauen Ein Modell seiner Wahl bauen Übung Eine Ente bauen Alle Teilnehmer bekommen die gleichen sechs LEGO-Steine. Sie sollen nun eine Ente aus allen Teilen bauen. Sie haben nicht mehr als zwei bis drei Minuten Zeit. Sie arbeiten allein. Sie sollen dann erklären, warum Ihr Modell eine Ente ist. Die Enten werden allen gezeigt, um die Unterschiede darzulegen. Dies ist eine gute Übung für das Teambuilding, um Unterschiede und die individuelle Wahrnehmung aufzuzeigen. Übung Einen Turm bauen Kann einzeln oder als Team durchgeführt werden. Die Teilnehmer sollen in fünf Minuten den höchstmöglichen Turm bauen. Sie sollen dann ihren Turm erklären. Man kann die Kreativität fördern, indem man Unterschiede zwischen den Türmen darlegt und erklärt, dass es beim Bauen kein richtig oder falsch gibt. Ein Modell über sich selbst bauen Die Teilnehmer sollen in fünf Minuten ein Modell von sich selbst bauen. Jeder Teilnehmer spricht dann über sein Modell. Wenn Sie darüber sprechen, geben Sie wertvolle Informationen über sich selbst weiter, die sonst bei einer Vorstellung nicht erwähnt werden. Der Trainer stellt Fragen, um die Bedeutung der unterschiedlichen Teile des Modells besser zu verstehen. Dies ist eine gute Übung für Teambuilding. Ein Modell seiner Wahl bauen Die Teilnehmer sollen ein Modell ihrer Wahl ohne Vorgaben bauen. Nach der Fertigstellung müssen die Teilnehmer eine Karte auf einem Stapel ziehen, der bereits vorbereitet war. Auf jeder Karte steht ein zufällig ausgewähltes Substantiv, wie zum Beispiel Buch, Kessel, Apfel oder Kino. Nun sollen die Teilnehmer eine Verbindung zwischen dem Wort und ihrem Modell finden und erklären, wie ihr Modell mit diesem Wort verbunden werden kann. Diese Übung hilft dabei, die Fähigkeit, Metaphern zu nutzen, zu verbessern. Nach den Aufwärmübungen kann der Trainer zur Hauptaufgabe übergehen. Je nach Gruppendynamik kann mehr als eine Aufwärmübung gemacht werden. Dies hängt von der zur Verfügung stehenden Zeit und dem Interesse der Gruppe ab. Die Hauptaufgabe ist das Definieren und Co-Design von neuen Bibliotheksdienstleistungen. Definieren und Designen von neuen Bibliotheksdienstleistungen Es werden hier eine allgemeinere und eine spezifischere Übung empfohlen. Bei der ersten Übung geht es um das Bauen eines Bibliotheksmodells. Dies erlaubt es den Teilnehmern, ihr Bibliothekskonzept zu bauen und darüber zu sprechen. Bei der zweiten Übung geht es um das Modell einer Bibliotheksdienstleistung, die Sie gern hätten, die jedoch noch nicht existiert. Es ist möglich, bei der zweiten Übung sehr spezifisch zu werden. Die Trainer können den Fokus auf eine bestimmte Art der Dienstleistung legen. Das Definieren und Designen von Dienstleistungen anhand individueller Modelle Die Kernschritte der LEGO Series Play Methode kommen beim Definieren und Designen von Dienstleistungen durch individuelle Modelle zur Anwendung. Die Herausforderung Der Trainer stellt die Frage über die Dienstleistung. Jeder Teilnehmer baut sein individuelles Modell. Eine Geschichte erzählen Die Teilnehmer erklären die Bedeutung ihres Modells und seiner Teile. Reflektionen Der Trainer stellt Fragen, um die Bedeutung der einzelnen Teile des Modells besser zu verstehen und um zu reflektieren. Das Code-Sein von Dienstleistungen mit Hilfe von gemeinsamen Modellen Um gemeinsame Modelle zu bauen, arbeiten die Teilnehmer in Teams. Ähnliche Ideen bzw. Dienstleistungen werden durch den Trainer ausgewählt und basierend auf den individuellen Modellen Teams zusammengesetzt. Die Teilnehmer sollen nun ihre Modelle zusammenbringen und ein gemeinsames Modell erstellen, indem sie von jedem Modell einen Aspekt, bevorzugt zur Weise den wichtigsten, mit einbeziehen. Jeder Teilnehmer sollte mit allen Teilen des gemeinsamen Modells einverstanden sein. Jedes Teammitglied erklärt das gemeinsame Modell. Der Trainer stellt Fragen, um die Bedeutung der einzelnen Teile des Modells besser zu verstehen und um zu reflektieren. Einige Beispiele, mit welchen die Teilnehmer beim Mixed Libris Projekt herausgefordert wurden. Bauen Sie ein Modell Ihrer Traumbibliothek. Bauen Sie ein Modell Ihrer Bibliothek, wie sie in fünf Jahren aussehen wird. Bauen Sie ein Modell der Bibliotheken der Zukunft. Bauen Sie ein Modell davon, was Sie in Ihrer Bibliothek verändern möchten. Bauen Sie ein Modell der Bibliotheksdienstleistung, die Sie benötigen. Bauen Sie ein Modell einer Dienstleistung, die bislang nicht in Ihrer Bibliothek angeboten wird. Bauen Sie ein Modell eines Nutzertraining-Angebots, das Sie gerne hätten. Bauen Sie ein Modell einer Smart ICT-Dienstleistung. Eine Dienstleistung, die mittels smarter Technologie genutzt wird. Bauen Sie ein Modell einer Dienstleistung, die über soziale Medien erbracht wird. Bauen Sie ein Modell, das die Hindernisse zeigt, die den Erfolg verhindern. Tipps für die Nutzung von Lego Serious Play für das Co-Design von Dienstleistungen. Beginnen Sie immer mit Aufwärmübungen. Bereiten Sie Herausforderungen und Fragen sehr gründlich vor. Lassen Sie die Teilnehmer immer zuerst allein und dann später im Team arbeiten. Wenden Sie Prinzipien zum Teambuilding an, um bessere Teams zusammenzustellen. Fördern Sie einen zielführenden Dialog innerhalb der Gruppe. Achten Sie darauf, dass der Prozess der Reflexion und des Dialogs leicht ist. Helfen Sie den Teilnehmern dabei, sich auszudrücken. Stellen Sie klärende Fragen. Wenn Sie mit Bibliotheksnutzern arbeiten möchten, wählen Sie diejenigen aus, die sich mit den bereits bestehenden Dienstleistungen und der Logistik vor Ort auskennen. Ansonsten kann es sein, dass Sie beschreiben, was Sie bereits haben. Vermeiden Sie professionelles Vokabular, wenn Sie mit Nutzern sprechen. Es kann sein, dass Sie nicht damit vertraut sind. Arbeiten Sie mit Nutzern mit unterschiedlichen Profilen. Arbeiten Sie mit Bibliothekaren aus verschiedenen Bereichen und, wenn möglich, von verschiedenen Bibliotheken. Arbeiten Sie zuerst mit den Nutzern und dann mit den Bibliothekaren an den Ideen der Nutzer. Arbeiten Sie mit Gingliothekaren an den Nutzern und dann mit Gingliothekaren an den Aufmerksamkeit. Vielen Dank.